Wir sind nicht im Krieg. Die Ehe ist kein Krieg, sondern die Ehe ist eine Ibadah, wenn sie für Allah gemacht wird. Ein Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagte, und in Beischlaf ist eine Sadaqah. Und die Sahaba waren verwundert. Wie kann das sein? Das ist ein Trieb, etwas Weltliches. Wie kann man da noch belohnt werden dafür? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er stellt euch vor, man würde es im Haram machen. Wäre es eine Sünde? Sie sagten ja. Dann sagt er alaihi wa sallam, wenn man es also im Halal macht, ist es eine Sadaqah. Spende nennt er es alaihi wa sallam. Also die Ehe ist eine Güte. Aber natürlich, der Mann kann Macken haben, die Frau kann Macken haben. Was machen wir dann? Kriegen? Oder sollen wir dann eine Lösung suchen? Wie? Indem wir leben für Allah. Ich gebe nach für Allah. Die Frau gibt nach, der Mann gibt nach. Einmal er, einmal sie. Nein, es ist nicht so. Ich muss immer nachgeben. Kriegst du mehr Lohn? Kriegst du mehr Lohn bei Allah sallallahu alaihi wa sallam?